Lass mal Stan zu bringen, das hier mit Oculus Rift zu spielen auf schwer, weil er ist ein harter Boy, der schafft das. Und deswegen geht jetzt alle auf den Link hier oder unten in der Beschreibung, könnt ihr mal draufklicken, geht auf Stans Kanal, klickt auf sein neues Video und schreibt Corrupted hat gesagt, du bist ne Pussy. Ihr schreibt alle Corrupted hat gesagt, du bist ne Pussy. Ok, ok, sehr gut. Dank Corrupteds Aufruf habe ich über 50 Kommentare erhalten, dass ich ne verdammte Pussy bin. Ich werde euch zeigen, was ich ne Pussy bin und deswegen zog ich One Night at Freddy's 3D mit dem Oculus Rift. Nicht die Pussy Version mit der 2D Sicht, wo sich nur Corrupted erschrecken kann. Wir spielen mal auf Normal erstmal. Was gibt es eigentlich? Medium. Ok, erstmal Normal und dann gehen wir auf Ultra. Machen wir zwei Schritte. Place your cursor... Oh, was war das? Was war das? Das war nett. Place your cursor anywhere on this title and click start. So, bin im Game. So kann ich es anmachen. Gut, da ist der Monitor. Auch gut. Ich habe aber einen fetten Nachteil. Ok, doch nicht so ganz. Ich dachte, ich hätte mehr. Wo ist der Rausbutton? Wo ist der Rausbutton? Ok, so kommen wir raus. So, ich habe einen großen Nachteil. Ich kann nicht mit der Maus umsehen. Ich muss meinen Kopf-Nacken-Muskulatur trainieren. Ich schaffe das aber. Ich schaffe das aber. Aber es ist gut gemacht. Ach, da ist die Maus. Shit. Ich habe gerade mit dem Kopf geguckt. Das ist nicht cool. So. Ok. Wo ist Jack-Nacken-McNugget? Nix. Nix. Gott. Oh, das muss man immer hin und her wechseln. Bei der Monitor-Ansicht ist es mit der Maus. Bei der Normal-Ansicht ist es mit dem Kopf. Bisschen verwirrend. Muss man sich dran gewöhnen. Ok, Freddy ist unterwegs. Radio sound over. Aber ok. Die Stimmung ist echt gut. Die Stimmung ist echt gut. Jetzt ist schon wieder die Maus. Das wird mich umbringen. Ohne Scheiß. Oh, Jack-Nacken-McNugget. Und Bonnie. War das Bonnie? Das war Bonnie, ne? Freddy steht da noch. Freddy war der Bär. Äh, ja. Zurück zur Kamera. Niemand. 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 Auch niemand. Ok. Safe. Safe. Ok. Ist okay. Oh, ich freue mich auf die Jumpscares. Ich freue mich auf die Jumpscares. Das wird super. Geht mir gleich einer ab, wenn ich das dran denke. Boah, das Multitasking. Das wird mich umbringen. Multitasking. Ok. Tür zu. Er steht da schon wieder. Da war Freddy. Beide da. Beide da. Volles Party-Peoplehaus hier. Volles Partyhaus hier. Niemand. War auch noch da. Sind ja beide noch da. Wollt ihr mal nicht die Landschaft erkunden? Da ist Jack-McNugget. Oh, ja. Bei dem Sound kriege ich Gefühle. Upsala. Upsala. Mir geht der Strom aus. Mir geht der Strom aus. Boom. Fuck it. Okay. So viel zu Normal-Mode. Eigentlich habe ich mich doch gar nicht so schlecht angestellt, oder? Ich habe den Licht immer schnell ausgemacht. Von wegen Ultramode. Ich schaffe nicht mal Normal, wenn ihr mich fragt. Wir versuchen mal Medium. Lief super. Lief super. Okay. Jack-McNugget ist on Tour. Bonnie ist on Tour. Die sind alle auf Tour. Warum seid ihr alle auf Tour? Wollt ihr nicht zur Kur? Oh, fette Rhyme. Da ist... Da war Bonnie. Okay. Der Stromverbrauch ist auf jeden Fall um einiges höher als bei Five Nights Teil 1. Teil 1 hat er noch dabei recht Humal. Und das hier saugt das Ding. Das lutscht mehr als Baros Mahm. Wird leicht angespannt. Also doch. Das Spiel ist schon recht gruselig. Ich habe besonders Bock auf die Jumpscares. Wenn die einen so plötzlich erwischen. Das ist das heftigste. Okay. Man kann das Licht auch ganz kurz anmachen. Man muss nicht volle Karte aufladen. Ich weiß nicht, ob das mehr Akku spart. Hoffentlich. Seht ihr? Das ist ein Bug. Entweder ein Bug oder nicht. Da. Habt ihr gesehen? Ich muss nicht mal das zweites Mal richtig aufladen. Und man sieht es trotzdem. Okay. Gut zu wissen. Jetzt bloß nicht vergacken. Da ist Chick McNugget. Da sind zwei Augen. Das ist Foxy. Oder Freddy. Oder Bonnie. Oder Springtrap. Oder Balloon Boy. Woher kommt der her? Bei der Line hat man wenigstens noch gesehen, wie er auf einen zurennt, wenn man die richtige Kamera anmacht. Man musste sogar die richtige Kamera anmachen, damit er auf einen zurennt. Ultra Mode. Ich werde gerade zeigen, welche eine Pusse er ist. Ultra Mode. Full the van. Chick McNugget. Bonnie. Okay. I can handle this. Schaffe ich. Easy, easy. Ultra Mode ist easy. Da ist Foxy. Bitch. Ich glaube, hier ist es zu dir. Ich sehe es jetzt. Ist es noch da? Nein. Gut. Upsala. Gangbang von beiden Seiten. Gangbang. Längs und rechts. Party People in the house. Da ist jetzt Chicken. Jesus. Die seid überall. Foxy. Ist noch da. Gut. Da hat mich Foxy gekillt. Das war schlimmer. Gut. Gut, gut. Ist Chicken mit Nugget hier auf der linken Seite? Ist alles okay. Weg. Oh. Doppelpack. Doppelpack. Was freue ich mich, euch zu sehen. Was freue ich mich, euch zu sehen. Ich sehe hier bald echt dicke Nackenmuskeln, wenn ich das so weitermache. Ne, ist immer noch. Hier ist nichts. Okay. Ich glaube, irgendwas ist weggegangen. Oh, Freddy. Willkommen in den Club. Ist genug Platz für beide? Oh, Foxy ist noch da. Da ist Bonnie. Okay. Ich glaube, der ist weg, oder? Okay. Gut. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich schaff das. Ich kann das machen. Ich höre was. Hi. Was mit Foxy? Foxy chillt. Foxy chillt. Okay, mir geht dieses Saft aus. Mir geht der fucking Saft aus. Ich habe hier noch die rechte Tür aufgemacht, wo der Strom ausgeht. Okay. Okay. Der Saft wird hier weggelotscht. Der Saft wird weggelotscht. Das ist heftig. Aber ich habe alle für Schwierigkeit gerade durchgezockt. Perfekt. Bis 5 a.m. schaffe ich es. Das war nett. Das Problem an der Sache ist der Oculus Rift. Man kann nicht so schnell reagieren zwischen links und rechts. Bis man sich nach links und rechts geguckt hat, ist schon der halbe Screen vorbei. Oder das halbe Spiel. Und einmal bin ich an Foxy gestorben. Ich glaube, das hätte ich noch überlebt, wenn ich nicht auf Foxy so aufge... Wenn ich wüsste, dass Foxy da stand. Aber das war One Night at Freddy's 3D. Das war One Night at Freddy's 3D. Mit dem Oculus Rift. Ich habe die Challenge geschafft von Corrupted. Wie heißt er es geschafft? Musste ich das Spiel durchspielen? Oder er hat gesagt, ich sollte das Spiel nur spielen. Er hat gesagt, ich soll das Spiel nur spielen. Von daher. Geht mal bei Corrupted vorbei und schreibt den hin. Stan ist keine Pussy. Bam. Wie den zeigen wir es, den Motherfucker. Auf jeden Fall. Bei Corrupted's Video. Auf sein neuestes Video schreibt er an Stan ist keine Pussy. Er hat One Night at Freddy's 3D mit Oculus Rift gezockt. Und er hat es nicht gemeistert. Weil er es nicht geschafft hat. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpasst. Und gebt mir Flosse. Flop. What the fuck? Ich wollte gerade die Aufnahme abbrechen. Aber was passiert hier? What the fuck ist das? Ich habe nicht mal den Oculus Rift auf. Aber das hätte mich wahrscheinlich gekillt. Was auch immer es ist, es ist weird as fuck. Von daher. Ich bin raus. Flop. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus.